Das war jetzt ein Gasquemper! Das war jetzt ein Gasquemper! So, lohnt sich die Gelegenheit dieses Drecksflex auf der Linse mal, um mich zu Wort zu melden. Und zwar wollte ich jetzt mal mein neues Mikrofon am Rechner testen und dachte mir, wenn ich schon den Klopf mache, dann kann ich ja vielleicht zwölf Minuten noch ein paar Kleinigkeiten im Video kommentieren. Und ja, zum Beispiel, dass dieser Drecksfleck jetzt auf der Linse ist und das auch das Rest ist, wie sie es so bleiben wird, da ich leider nicht alle 10 Minuten, also ich putze die Linse eigentlich schon oft. Aber wenn natürlich gerade so ein Drecksfleck drauf liegt und ich dann mal nicht 10 Minuten drauf achte, dann ist das natürlich doof. Und ich wollte jetzt nicht das ganze Material wegschmeißen, nur weil da so ein Fleck drauf ist. Man erkennt noch ein bisschen was, wenn es gestört, der hat dann mal Pech gehabt. Guckt mal an das Video von mir, gibt genug davon. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns leider auch schon wieder. Ich würde es nicht sagen, wir wollen. Wir sehen uns leider nicht. Wir sehen uns. Wir sehen uns leider auch schon mal im Moment. Unsere Augen war's dann auch noch ein Löwen. Danke. Euch war's dann auch schon mal. Es ist ein paar weniges. Das ist ein Schuh, das ist ein Schuh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist gefährlich. Und jetzt? Geht wieder? Ja. Ja. Da brauchst du eine Warthose. Ich hab noch meine Warthose da liegen. Ich hab noch meine Warthose da.